Welches Messer? Wieso hast du da nicht Inventar? Ja wer sagt das? Den den ich gefahrt habe zum Mitspielen. Oh wir sind noch komplett? Doch, ich will nicht was. Er will noch eins mitspielen. Er hat Toilette falsch geschrieben, lass mich in Ruhe. Das ist widerlich, Ronny. Aber lieber widerlich, anstatt widerlich. Mann ey, ich habe nichts zu fressen da. Ich will doch weiter, wenn ich da wieder fett werden. Ich will auch was essen. Und? Du hast eindeutig zu lange gebraucht. Ja er ist noch da. Du hast zu lange gebraucht. Warum? Ja. Kann ich meine Blase leermachen richtig? Nein. Heute nicht. Ich habe irgendwas gekriegt. Was? Eine Kiste oder was? Jo. Eine Kiste. Alex kauft mir die bestimmt für 200 Euro ab. Ja klar eine Kiste. Ja, der kann ja mehr Geld damit machen. Wenn er Glück hat. Ich habe mal in mein LW PC mitgebracht. Ich habe mal in mein LW PC mitgebracht. 1 Euro. Mainboard. Hat er gekifft oder was? Wer kifft? Ob der ich kifft hat. Harry Potter. 1 bis 7. Opfer mit Brille. Opfer mit Brille. Naja, ist nicht ganz unrichtig. Eigentlich ist ja Harry Potter eigentlich die ganze Zeit der Arsch, der für Dumbledore den Arsch hinhalten darf. Ja. Ist ja so. Warum? Das steht so beim Rewe als Verkauf. Das Verkauf steht Harry Potter 1 bis 7. Opfer mit Brille. Echt? Das wäre cool. Das finde ich super geil. Das schildert wahrscheinlich ein totaler Anti-Fan gemacht. Weißt du so. Du bist so müde. Müdigkeit wird hier nicht unterstützt. Ich krieg schon gar keine Antwort mehr. Ah, okay. Müdigkeit gibt es nicht. Was ist der so lange? Keine Ahnung. Das ist Dirk, seine Schuld. Aha. Dann go. Du willst ihn nicht unbedingt loswerden, ne Dirk? Du willst ihn heute noch verscheuchen. Wollt ihn beide noch verscheuchen, ne? Wollt wieder schönen Mates suchen. Du hast immer die besten Freunde. Ich? Ja. Hallo, die was können. Ja, das ist doch nicht mein Freund. Wer hat denn den eingeladen? Ja, ich hab den zwar eingeladen, aber das ist ein random. Ich kenn den nicht. Achso. Okay, das ist unsere Map, ne? Wenn wir zählt hier nämlich mehr als sechs Runden verlieren, wissen wir schon, dass wir es verlieren. Kann man so nicht sagen. Go, Aldea, go, Aldea. Ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ja, bis B. Und bis Y. sitz im window da hat einer geschossen das war ich ich war's da kommen noch welche give me money please den gibt es direkt bei zehn euro ist das nicht der preis von der patrone hier sind die patrone ja gott noch kostenlos alles auf 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 walf nacken konnte nicht verschießen habe hunger du machst mir was zu essen ich komme jetzt gleich vorbei mit bitter einer mitte zwei b zwei a dann lauf ich ja ja mit ich gehe okay dann doch nicht dann lauf bitte der dörg macht was er wollte die viel macht was er wollte ich mache auf jeden Fall mit der wird mit ist schwer ich mache A gut gut der dörg hat zwar nicht von vornherein gesagt er macht da aber wird einfach ignoriert bei mir ja halt die wenigstens ein bisschen zurück warum seid ihr beide oben das der größte das weiß ich auch nicht warum wir plötzlich beide oben sind ja aber ja aber kann man die ersten zwei runny ab scheiße da steht er da um die ecke ja da hat aber noch jemand ein Messer in der Hand ja okay also noch mal nach dem jahr zu kommen muss ich in therapie gehen das ok ich kann bis jetzt noch nichts außer ronny's küche es ist meine küche die tür geht auf klappert mit der tür kommt rum ist einer drauf ist bei mir ist einer hat mich hintenrum bei aber mitte er plantet hat er eigentlich die akk her er hat geplant verwendet was kommt der da steht eigentlich mit silberleuten spielen muss er hat auch gold ja dann nicht besser jetzt wird er gejagt das hat er eine böse zückung gekriegt die türkisch weit bekannt dank youtube und hätte es auch die türkische vorwärts rückwärts rolle die türkische jetzt halt bitte jetzt wird es in den spot gibt euer bestes ich bin rechts alle ja ok ich höre steppst nach A passt auf wenn ich jetzt bei der scheiße warum steht ihr bei der K leute du kannst dich nicht überlegen wenn der andere steht du hast dir einen anderen spot du musst ein bisschen gucken dass du gegenseitig eine deckung war hast mit dem möglichen wege die er kommen kann er ist nach oben kommen noch mehr A wir würden den ding schon A ok ich verschiebe einer bitte berg auf B ja verschiebe nicht geht soll ich nochmal lang gucken oder sitzt du lang wenn ich bin mitte also ja mitte lang ach hinter mir ach kombi ist mitte Ich habe gerade die Runde wäre safe Ich verschiebe Einer noch vor B Scheiße, ist der da sitzen In einer Mitte Was sind die letzten beiden? Letzter war vor B, also toxic Auch wieder Mitte, auch Mitte, Dirk Bleib auf B, bleib auf B Vielleicht schwindet die Bombe, Alea, geh hoch auf A Links auf K Hier links, auf K Bombe ist B Bleib so Bombe ist B Machst du nicht beim Plänen stören Ja, das war Hättest du direkt beim Plänen stören müssen Hab nicht, rechts Der ist rübergegangen, ne, der ist der rechts Sitz der Ja, Headshot Da siehst du, nur lang nicht Ganz Du musst weiter hoch Rechts Rechts Das ist wirklich unser Eins da Könnt mich zertäuschen Aber dafür müsste ich mich noch mehr anstrengen, eindeutig Und warum machst du nicht? Äh, hier mit mir Kein Schafschutz, wir werden nächstes Mal Ja, das war gerade auch das Problem Throwing smoke Grenade out Höhe Schritte Auf A Noch einer Tür Tür Ah, hat mich Das Ulau hat 19 Hat nur noch 19 Bei A Sorry Ja, es ist es Ja, es ist es Ist geplant Ah, komm, was hab ich denn wieder für'n Time-Lagge, Alter Wunson Weg für Wunson Ah, fuck, sitzt der da an der Ecke Da hab ich nicht gerechnet, sorry Ach, Dirk, verzeih'n Alea, ich brauchst du ne Arbe Bis zum nächsten Mal haben wir auch ne andere schöne Waffe Ah 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 Hier Hier Let's go, let's go Let's go, let's go Warte Gut, du hast da die Waffe Gut Äh, Alea, hast du die Waffe genommen? Ja, ja, ich hab dir die direkt zugeworfen Okay So, er gibt mir den übertrieben Ja, komm Denk dem, was er ist Ah, wieder Türm Ah, wieder Türm Wieder zurück Ich hab Hunger, so funktioniert das nicht Soll ich verschieben da ran? Ich hab keine Ahnung Hä? Von hinten Scheiße Boah, sofort Patsch weg, erster Schuss, ne? Klatsch, direkt Dirk Ja, klatsch sofort Das stimmt was nicht mit dem Mit wem? Ja, mit dem Typen Ja, wer ist, welcher Typ? Der so anders aussieht als die anderen Oh man, das würdest mich echt verarschen Nein Let's go, let's go Der hat so ne komische Klamotten an Der erste was? Weiß ich, ob das der erste ist Ich hab den Namen nicht gesehen, der sieht doof aus Der Der Könnte ein B werden, tschüss, Steps nach B Schön Ah, ist einer weg Schön Dirk Noch einer, oder? Da hinten, letzter Stockstück Da hinten, letzter Stockstück Flaschbank Bombe ist B Ok, bieg nicht, scheiß drauf Der muss, guck, öffnen wo sie die Bombe im Auge haben Hast du ja so ne? Ja Ja Der wird da direkt hinten, wo du stehst Dirk Also, schieß und rein drücken, sobald ihn siehst Down, Push Steht da Toxic immer noch Ne, dich sieht der da? Ne, ich muss weiter rechts, ich sehs Bleib, bleib so, ja Ja Einer muss, Alia, dreh dich um Guck hinter, hinter, äh Dass er nicht von hinten kommen kann Geh, ganz ruhig weiter links gehen Mach weiter links, weiter links, weiter links, weiter links, viel weiter links Bleib, bleib einfach mal so stehen Hat eh keine Zeit, aber er ist saved Jetzt könnt ihr ihn pushen, bis auf einer Jetzt könnt ihr ihn pushen Jetzt könnt ihr ihn pushen Er kommt eines von Käfen Jetzt könnt ihr ihn pushen Damit ihr, äh, damit er keiner Arbeit helfen kann Wo war der denn? Achso, bin ich hellseher? Ich glaube nicht Du hast gesagt, wir sollen ihn pushen Und keiner weiß Ja, das wussten wir auch nicht Ja, darum hab ich gesagt, ihr sollt ihn pushen Ich werde eigentlich geblieben, zum sichern Das war gerade Gedanke Ja, ohne Alia, halt Throwing smoke Leps 2a Bauen wir daun Mitte Ja Okay Okay Von wo kam er? Throwing fire Von hinten der Tür Vor mir Bei mir? Ja Ach komm, er hat mir Ach komm, Mitte ist offen, Leute, die Bombe liegt in der Mitte, warum bin ich eins der in der Mitte guckt? Ja Ich hab die Bombe Links Der geht auf A ABP geht auf A Bombe geht auf A Bombe auf A Bombe auf A Diffusion 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 Wollte ihn noch Wollte ihn noch Er wollte mich nicht Diffusion Also ich komm mit der Famas gut klar leer Mit was kommen sie gar klar? Mit der Fama? Mh Mh Muss wir jetzt in anderen Platz nehmen Den kennen sie schon Ja meinen Spot kennen sie auch schon Aber ich versteh nicht, wenn ich die Bombe auf Mitte hab und bleibt der halt auf dem Spot sitzen Ich war direkt um die Ecke Wenn die Bombe Connected ist Throwing fire Hat mich Das heißt ich kann los Die Skula 1 oder A Die Skula 1 ist auf A Ja super Da ist jetzt einer Mit A Bombe Mitte Waffe gewechselt Gut Bist allein Noch einer hier auf A Mh Kommt Blech Rutter geschwungen Ja Komm Alter Sechs Wie schaffst du aus? Es klappt nichts Ich bin so ein Scheiß Am fürs Spiel Du hast rüber gezogen Aber es war nicht genug Du sollst sagen ich bin drauf Äh du warst drauf Entschuldigung ich hab's vergessen Ja Das ist Scheiße Alleine gegen Entschuldigung Ich hätte mehr Geraden gebohrt Hätte das Flasch geklappt aber auch so Ja aber die Runde ist doch knapp Die Runde ausfragen sollen War das Problem Ich bin losgewacht und hab die A Wunsch weggeholt Verschritte Auf A Flaschbank Tür Auf A Auf A Auf A Auf A Auf A Ich hab mich in der Brandbombe überrascht Ist weg Bombe liegt bei A Bombe liegt A Ja Ich bin auch hier Ich bin die einzigsten dran nur noch Alleine kommen näher heran Decken Setzt sich da hinten in die Ecke Und halt den Weg Geradeaus 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 Ich bin auch weg Tür Ja Schön Sauber Hast du geputzt? Ja ich hab mich in die Zähne geputzt Ja jetzt war ich so mit erklären beschäftigt Und selber nicht aufgepasst Nicht schlimm Wo bist du gestorben Sack? Ähm An meinem Punkt Wo ich immer gesessen hab Der ist direkt rum mit den Armen Waren die auf vier oder was? Und ja ja Throwing smoke Throwing fire Und hier ist einer Echt 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 Bombe liegt Bei A Was ist das denn? Bombe A Ahja Bei B war einer Die Map ist grad nicht den Tag oder? Ne Meiner auch nicht Achso Meiner auch nicht Mit 8 zu 9 Jetzt wird's schon verarschen Meiner auch nicht Ich steh hier nicht 5 zu sehr 2 zu 9 So jetzt reißt aber Jetzt fühl ich mich beleidig Schweig Dirk Ich nehm dich Du siehst ihn Schön Ich spiel nur mal Call of Duty siehst du? Ich denk mal hinten links balls Können wir Slide Tür ab Tür ab Tür ab conséquent gleich nix ja leute ich gebe echt mein bestes nein gibst du gar nicht du verletzt mich gerade ich muss die ganze zeit noch daran denken für wieder mal ich krasse aus bombe mitte er kann auch geradeaus kommen da kann auch dann wenn ich bekommen würde wäre ganz schön Der geht nach hinten weg. Der Ronny, der kommt hinter dir. Hinter dir, Ronny. Oh ne, der kommt auch hier wieder bei mir. Das sind zwei Mann, Dirk. Oben, pass auf, Balkon. Nee, ist okay. Alea, A, B. Okay, langen Gang. Okay, der hat full life. Fuck, sorry. Nice, Dirk. Da hast du nochmal dein Können gezeigt. Ich hab Pip gehabt und hab einen großen Schwanz. Alles klar, deine Tochter ist dabei. Oh, tschuldigung. Stimmt, hast recht. Grab your gear and let's go. Also ich mein auch nicht mich, ich meinte Dirk. Mach's glaube ich nicht grad besser. Aber versuch's ruhig, mein. Deploying, run back. Das war ein Versuch weg. Ah, ah, ah. Sepp, passt auf. Genau. Hat mich. Scheiße. Große Tür. Das ist Armin. Armin. Danke. Planted. Um, he's been burned. Über dir. Der mir. Über mir. Fuck. Ich hab doch gesagt, über dir. Ja, da hab ich gehört, du meinst nicht mich. Ich hab gedacht, du meinst nicht mich. Ich hab gedacht, du meinst irgendwie einen anderen. Einer ist noch Armin und der letzte Armin. Scheiße. Ja, hab keinen Slider. vlogging. Man, das macht keinen Sinn. Geht bei. Du hast ja keinen ordentlich für dich geniessen, oder? Nein. Gut. Dann wollt ich nur mal klären. Wenn, dann nimmst du auch alles. Wenn, dann kannst du, oder? Wenn, dann kannst du. Der Dick hat einfach gedacht, er macht jetzt mal ne ordentliche Bratwurst. Ich dachte, er hätte sich hingelegt. Wer? Diffusen. Der Quill kann sich jemand hinlegen. Achso. Unfucking fassbar. Da. Aber schön. Aber wir spielen das Spiel ja ganz zum ersten Mal jetzt. Ja, klick mal. Ich wusste gar nicht. Echt? Man kann sich hier nicht hinlegen. Was soll das denn? Bei uns am Spot. Steps. A. Tür. A. B. aber auch, ne? Ja. Einer. Ist draußen. Ist um die Ecke. Kommt um die Ecke links. Das ist der Alarm. Schön. Nicht schön von mir. Nicht schön von mir. B ist Bombe. B ist Bombe. B ist Bombe. Pass auf links. Verbind. Ja. Allpi. Sorry. Jetzt kamen sie von über. Dann. Werd nur einer gewesen oder so. Werd kein Problem gewesen. Aber so bei so vielen wirst du nervös, ne? Letzte Runde, ne? Alter, kauf mir ne Arbe, schnell, letzte Runde, du hast du verstanden. Alles kaufen, was nicht geht. Und noch ein Gewehr, noch ein Gewehr, noch ein Gewehr, noch ein Gewehr. Blau, gelb, leg dir was. Oder auch nicht. Boah, direkt Headshot, du weg. B, ich kam gerade um die Tür. Da ist einer. Da ist er. Der muss aber U lau sein, der hat ordentlich schon gefressen. Kommt. Hast du ihn gesehen? Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Da war er. Bumain ist tot. Einer Mitte. Einer ist Mitte. Arbe, ne? Pass auf. Der könnte Highway hochkommen, das ist hinter dir, Ronny. Alea hat die Seite. K kommt hinter dir. Alea. Alea, hinter dir. Geh mal gebückt zum K. Das heißt, hinter dir ist offen, Ronny. Wenn der jetzt von der anderen Seite kommt. Ja, weiß ich. Danke. Oh, die gehen B, die sind B, die sind B, die sind B, die sind B. Da lang ist B, Alea. Ja. Einer geht helfen, einer bitte zieht die. Ja. Besser. Hinter dir, Ronny. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Schau auf. Ist er da drin, oder? Ja, hinter dir, hinter dir ist er drin. Hinter dir. Ich wusste schon, was du meinst. Tut mir leid. Ich wusste schon, was du meinst. Schick, was meint er denn jetzt hinter dir? Meint er jetzt da, da? Ja, okay. Er sagt zwar, wo er ist, aber juckst mich nicht. Ich will die Runde nicht holen. Was soll ich kaufen? Nee, ich wusste echt, was du meinst. Nur Kämpfer. Tut mir leid. Echt? Ja. Ich hab Bombe. Wohin? Schnell laufen. Einfach A. Kannst du mich boosten, Grün? Du bist schon genug geboostet. Alea. Aus, komm. Auf dem Spot, alles auf dem Spot, bitte abgucken. Nein. Da, Tegel. Ne, Tegel. Pente, Pente, Roni. Ich bin hier. Oh, Pente, einfach. Ich mach einfach, was du willst. Ach, komm. Ach, komm. Main ist einer. Squeaky, 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 squeaky. Squeaky. Ah. So lächerlich. Ich werfe gleich mal mit meinem PC aus dem Fenster. Warum? Weil mich gerade alles aufregst. Du bist doch gar der best lächerlich. Ja und? Juck doch nicht. Ich spiel trotzdem scheiße. Der Bombe. Nix kaufen, ne? Nix für eine Pistole. Oder so wie Roni, einfach eine UMP. Ja, Entschuldigung. Die kosten auch nicht wesentlich mehr. Ja. So, wo gehen wir hin? A, B und C. Come on, come on, let's go! B. Mit Husten oder ohne Husten? Jaja, mit Husten. Mit mitnehmen. Oh, runter. Ach komm, dann zwei. Einer rechts hinter der Holzkiste noch. Achso, ihr lasst mich einfach komplett im Stich. Feier. Einer hinter der Holzkiste. Holzkiste. Ja, ich seh's. Hinter dir. Ja. Oh. Ich hab doch nicht mehr. Hab ihn. Schön. Was will der Türke von mir? Es steht nur rum auf der Tribüne. Okay. Easy for ems, 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 dance. Put dat up erbelt. Put dat up erbelt. Okay, was hat der gerne. Let go. Mit pusten oder ohne? Let's go out. Mit Wind nehmen. Pusten. Mhm. mhm we have dropped we have dropped das war schwach schwach da sind sie ja überall sind sie jetzt das ist ein Gegner ja wieder von hinten hat er auf jeden fall schön gemacht ja das wärst du versucht ich hab alles hochgranate und so mhm ich hab lust die pizza ist fertig die zwei kommen sie da he ach der ist trotzdem fort von hinten mit der p90 komm mal kurz auszeit bitte annehmen hier ist ne Hex hier nein die pizza da jetzt warum warum du kannst ja jetzt nichts essen ich kann sie rausholen achso schwarz ist wieder lecker manchmal habe ich mir gedacht will mich immer nur verarschen ich stehe morgens auf und denke sich so wie kann ich heute Sven wieder Obst nehmen kommen komm ich errufe mich morgens immer an und fragt hast du ne idee was ich mit Sven heute machen kann da habe ich ja jetzt kommts raus mein Freund ha 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 kdb kd und ein bisschen jägermeister du hast du jetzt nicht mehr ja ich nehme sie das war aber auf die warten weil die pushen immer so schön ja ich finde auch wir warten einfach mal eine runde er macht nicht wer brennt mich jetzt hier ab Komplett verkauft von dem, von dem, äh, von unserem Blauen, der pusht, mit der Pusht, der ist aber da. Schön, komm, Dirk. Komplett verkauft. Oh, das gibt's nicht, äh, Liga konnte mich gar nicht mehr verkaufen. Ja, da war er eben. Aber eben ist er nicht mehr jetzt bekanntlich. Ja, leer, beweglich. Aber leise. Bacardi, Bacardi. Es ist hinten, am K steht einer. Weißt du, wo der K ist, Alea und Ronny? AWP am Ort. Oh, scheiße, nah an der AWP. Schnell, mit der... Ja, nicht nach, man den angucken, das ist eine dumme Idee. Komm, Alea, komm, du musst noch's penten. Oh, Ronny, du musst penten. Ich hab das vergessen. Der jetzt macht Ronny nicht mehr. Ronny geht nicht mehr. Ronny müde. Ja, der hat's weitergehen sollen. Aber du warst jetzt, du warst müde, ne? Du wolltest schlafen. Ja, ich will schlafen. Letzte Runde. Kaufen, was geht, wa? Wir brauchen einen, der spielen kann. So wie ich, mein's. Du warst eben besser als jetzt. Jetzt bin ich das Neufeljahr. Jetzt haut der Ronny hier mehr aus. Wolltest du nassen. Danke. Das war nicht schon negativ gemeint, ne? Danke. Danke. Diese lieben Ungl, danke. Schönen Tag. Hinter euch fronten. Ja, scheiß von hinten. Fuck. Mann. Wenn ich einmal nicht vernünftig bin. Hat mich von hinten. Wo die Türe ist. Kommt einer. Ich hätte zu mir schon fast gedacht. Ich habe jetzt eh, ich kann ja mein Glück. Ja, da saß er eben. Oh, die Idee ist gut. Oh, die Idee bringt nichts von dir, das war kacke. Das war wahr. Rechts. Da bewegt sich einer. Wechseln nach vorne. Tür. Sind die Tür reingelaufen. Jetzt kommt er. Ihr guckt immer direkt um die Ecke. Pass auf. Das ist ein Abwicht. Ja, rechts. Rechts kommt einer. Ja, rechts kommt einer. Ach komm. Ich habe ihn doch fast dreimal gemachscht. Sorry. Schande über mich. Nee, schande über mich. Oh, ich bin so schlecht geworden. 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 Nein. nicht ja alex mit zu öffnen nein ist er jetzt raus oder ist er nicht raus und er ist noch drin auf jeden fall wird das dann irgendwann einfacher wenn er auch unser level hat wenn er sich druntergearbeitet hat also richtig ich sag es nicht alle ich sag es nicht es ist anstrengend ist nicht zu sagen aber ich sag es nicht was da so baumelt ich mache auch keine andeutung was er baumelt ja wenn er drunter baumelt eine arme tochter was die schon mitmachen muss in dem alter